Willkommen in Brandenburg an der Havel, dem Tor zu einem der größten Wassersportgewässer mitten in der Stadt. Wir laden Sie ein zu einem kleinen Rundgang durch die Altstadt. Wir beginnen am Rathaus. Die historische Architektur in diesem Stadtteil erinnert an eine über tausend Jahre alte Geschichte, so zum Beispiel der mittelalterliche Rathenua-Torturm. Bekannt ist Brandenburg jedoch auch für den Karikaturisten und Komiker Loriot. Sein Waldmops ist an der Taufkirche St. Gotthard zu finden. Die Dominsel ist der älteste Stadtkern in Brandenburg. Und direkt gegenüber von der Dominsel befindet sich ein Wassergrundstück, das zum Verkauf steht. Für Bootsliebhaber ein idealer Standort mit einem großzügigen Bootshaus, einer möglichen Slipanlage und einem Bootssteg. Das ca. 940 Quadratmeter große Grundstück teilt sich ein wenig in zwei Bereiche. Einmal die Wasserlage mit dem Garten und Bootshaus und auf der anderen Seite des Grundstückes befindet sich dann das eigentliche Wohnhaus. In dieser Wohnlage stehen denkmalgeschützte Häuser. Es gibt eine geschlossene Bauweise. Der Zugang zum Grundstück verläuft durch das Haus und von der Wasserseite aus. Das Haus wurde ca. 1851 errichtet und weist eine interessante Geschichte auf. Der Flur befindet sich genau in der Mitte. Es gibt einen rechten Wohnbereich und einen linken Teil. Der Boden ist teilweise ausgebaut. Auf dieser Wohnebene befinden sich eine Küche, ein Gäste-WC, ein Bad und drei Zimmer. Im Haus sind bereits die Fenster gewechselt. Es handelt sich um Holzfenster. Sie sind entsprechend der Denkmalschutzauflage gefertigt. Das Haus verfügt über ca. 164 Quadratmeter Wohnfläche. Es gibt eine sehr interessante Ausbaureserve im Dachgeschoss und es gibt noch einen Kellerbereich. Zum hinteren Teil des Hauses befinden sich noch ältere Fenster, die noch nicht gewechselt wurden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man alte historische Elemente auch wieder in das Haus mit einbringt. So gibt es ja teilweise noch alte Türen. Es gibt auch noch im Eingangsbereich eine schöne alte Türklinke. All das, was man an alten Häusern auch schätzt, lässt sich hier sicherlich auch wieder ein wenig darstellen. Begleiten Sie uns nun in das Dachgeschoss. Eine Seite ist bereits ausgebaut im Dachgeschoss. Das könnte man auch als Einliegerwohnung nutzen. Hier befinden sich zwei Zimmer, eine Küche, Bad und die Diele. Derzeit sind hier ca. 60 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen worden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020